Ja, das ist schon mal einfach so, ne? Was ist denn da? 3, 2, 1, GO! Hey, kennst du mich? Sind die beiden dann Mains? Nein, es sind zwei der Charaktere, die noch nicht, äh... in Top 8 waren in Brexit Summit. Ich glaube, das nächste Mal eine leichte Woche ist, sprich, Blizzard. Ich verstehe nicht. Die kann man mehr Trihat, als das. Siehst du diese Combo? Das ist ein lustiger Trihat. Sooo... Sooo... Gut, wie läuft's? Äh... Also die Leute sind vor allem im Game scheinbar nicht so begeistert. Like und Andy sind nicht so... da hab ich so Bock. Wir haben keine Schürze hier. Oh, der Dr. Mario hat ja ganz knapp gezogen. Das war halt... Ja, ne... Guck mal, was geht das? Uh... Bin mal getötet. Morat, downschilt Abbi. Easy. Uh... Uh... Erster, der Abbi trifft, gewinnt. Ich hab oben drin. Uh... Uh... Uh, wo bin ich? Na? Wotopop? Lass ihn um ihn an. Ui... Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den... Ui... Ich hab den so... Mario mit Stein so... Hahaha. Hahaha. Bang, bang! Stunt! Ui... Ui... Ich freueu dich. Ich hab den so hart an den 10. Du... Naja, ich glaub ich kann die... Was gibt's denn noch so... Ist das aber so geil? Mhm. Ah, im Heat Brawl oder was? Hahaha. Scheiße. Was ist was? Wow. Ich spiel Bob, man. Bob ist die... Entweder Bob oder Peach. Das sind die drei Prinzessinnen. Peach, Daisy und Bob. Wir dürfen beide nicht wissen, was für die Specials sind. Hahaha. Also du kannst es gerne probieren, aber wir zacken ja kein Problem. Hahaha. Also ist auf jeden Fall Shotput. Ja, ja. Wenn ich jetzt nicht so scheiß Fall gefühlt habe. Ist auf jeden Fall echt die Genuschelby. Das ist eins hier, was ich weiß. Hahaha. Ah, okay. Nice. Äh... Hahaha. Wie soll ich hier rankommen? Hahaha. Wie soll ich hier rankommen? Das ist doch die geile Seite. Ah, das war jetzt super. Hahaha. Hey, hallo. Oh, ja. Boah. Ich glaube, Daumbi ist auf Flipkick. Das ist für mich sicher. Oh. Oh, Mann. Oh, jeez. Hallo. Ich bin dran! Das ist mein Gehomber! Oh! Nächste Nummer! Tolle Lüge! Oh! So soll das Mario! Oh! Da hat niemand die Hanschen gegeben! Nächste, richtig, richtig gucken! Das ist nur ein Panker! Ja, ein Miespanker mehr! Das ist eine gute Idee! Oh! Wo? 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 Ohhhhhhhh! Das war ja fast ein nicht schlechter Fall. Ich muss noch einen Tars spielen, damit fünf Tars sind wir. Oh! Oh gut! Oh! Macht ihr das wegen einem Top 8, ey? Hast du schon Wario gespielt? Nein! Ich bin ohne Wario Top 8 gekommen, ja. Ja, voll gut. Die kommen noch, da muss ich nur von verschiedenen Reihen gehen. Ne, ne, irgendwann! Ja. Aber die haben nicht den Meat Roller gespielt. Bisher? Ja, aber nicht nur Nespalu geblendet. Auch die One Sonic. Das war noch... Hast du meinen Dings einklang? Mhm. Achso. Die Musa ist gewonnen gegen Eels. 3-1. 3-1. Alright. Mit Plan. Alles mit Plan. Alles mit Plan. Ja, ich kann nicht sagen. Ich kann nicht sagen. Ich will nicht das mit dem Lose-Match-Up spielen. Beide, irgendwie. Ja? Nein. Das ist so, ey? Das ist einfach nur schlecht. Das ist einfach nur random. Das ist der Böby. Ach, 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 ach. Das ist eine Schätzung. Oh Gott! Nein! Was ist da los? Geil. Du hast quasi gerade mit einer Trampe verloren. Tram 2, hallo. Er steht nicht für seine Community, finde ich. Spiel Rob. Spiel Rob. Ich spiel einfach mal Rob. Ich spiel einfach mal Rob. Ich spiel einfach mal nicht Rob. Ich spiel einfach aufstage. Einmal aufstage springen und dann zu Tore. Egal. Wir haben so viele Kombos. Alter. Green an Rob. Was sagst du dazu? Abfall. Richtiger Abfall. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob er überhaupt bei irgendeinem Charakter guten Skin nimmt. Also. Einmal cool sein Lieblingsfarbe ist. Ich meine, wer den pinken Rob nicht nimmt, der hat sowieso verloren. What? Alter, so ein Bombo. Ja. Fairgott. Mach mal auf dem Cliff, ne? Ja. Ja. Einmal über die Cross-Stage, downtippen. Bei 40%. Ja, nice. Was? Ja, gut. Ha ha ha. Hm? Es ist hier wieder Supreme Gameplay hier, was wir hier sehen. Oh, der Dry Roaster. Achtung, fern. Achtung, fern. Ja, nicht Bang-Lärme. Das ist eigentlich mit Fat Code. Oh, ja, das war... Oh, ja, das war... Das war nicht true. Doch, das war true, aber... Full, obwohl wir nicht short haben. Jetzt wär's nicht mehr true. Oh, jetzt? Oh, Fair Töte. Gleich, gleich noch eine Fair... äh, ne, Dash Tag. Ups. Was ist das für ein Read, Alter? Hä? Ja, du wolltest mehr Down-Tills machen. Down-Till, Down-Till, Down-Till. Nein, Abi. Komm. Kannst du das Down-Till-Dash-Grab machen? Wie heißt das Ding? Boost? Irgendwas? Burn-A-Boost. Genau, mach mal. Mach mal. Oh. Oh. Oh Gott, ey. Da kann Karma. Komm. Er fischte für die Grabs. Ja, jetzt kommt der. Oh, yes. Vielleicht kriegt der jetzt eine. Naja. Oh. Nee. Kannst du das hier wieder... Nee, natürlich. Der kann's nicht. Oh. Ja. Hm. Aber erstmal noch mit Rost. In dieser Sicht eigentlich kein Up-Bee-Plays von Schläger. Wenn wir einfach hier sind... So sieht's was. Ein Up-Bee. Weil man hatte Shuckle nicht gerade noch einen Stock mehr mit dem gleichen Prozent? Weil beide halt den gleichen Prozent oder so. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Down there. Now there. Nein. Was tust du? Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, nee. Up. Oh, c- Oh. Oh my God. Oh, und tot. Nein, nein, nein. Nein!